Yo, was geht ab? Checkt das neue Untergrundprojekt von meinem Bruder Moneymax aus. Ein wunderschönes Ding, kann ich jedem nur weiter empfehlen. Kommt an Halloween raus. Ich bin natürlich auch darauf vertreten, hab drei Parts abgeliefert. Überkrasser Mördershit, schöne reingeflext in die Bitch. Was soll man noch großartig sagen? Ihr wisst ja Bescheid, wo ihr die Scheiße herbekommen und zerbombt euren Arsch. 808 Musik und K.O. in your ass.